Was wird bei Festo in dieser Woche Neues zu sehen sein? Die Königin, den Arbeitern und den Soldaten. Und die brauchen die. Was für Tiere bringt Festo nach Hannover und warum? Diesmal haben wir Ameisen. Die sehen Sie jetzt hier auf dem Tisch. Neben mir sind... ...die man vieler braucht. Das kann jetzt ein einziger Teil einsetzen. Nur, dass die Menschen nicht gefährdet werden. Dass ein sicherer Prozessbetrieb möglich ist, wenn sie in den Gefährdungsbereich von bewegenden Teilen und Maschinen kommen. Gibt es sonst noch Fragen? So, und wer gleich möchte, im Nachgang einfach mal... Wir haben hier auch Greifer, wir haben Untersteuerungsthemen, die wir in andere Greifern umsetzen oder in gefährlichen Umgegnen. Wir haben diese Aufmerksamkeit, die wir aufmerksam lebenden Teilen aufbanken. Untertitelung des ZDF, 2020